Bei herrlichem Sommerwetter fand am 26. August an der Motorwelt München das Sommerfest des Corvette-Clubs Bayern e.V. statt. Rund 700 Corvette-Fahrer kamen, um an diesem Event teilzunehmen. Im Zenit brot sich ein ganz besonderes Bild. Rund 150 Fahrzeuge der Baureihen Chevrolet Corvette C1 bis C3 waren zu bestaunen. Echte Raritäten im besten Zustand. Von der Stingray über die Coke Bottle Corvette waren unterschiedliche Baureihen und Karosserievarianten zu sehen. Auch auf dem Außengelände sammelten sich reihenweise jüngere Corvette-Modelle und US-Ultama anderer Marken. Im Zelt vor der Rampe präsentierte sich der in München ansässige US-Car-Spezialist Geiger Cars mit Neuwagen und echten US-amerikanischen Klassikern. Im Kohlebunger stand eine Sonderausstellung besonderer automobiler Preziosen im Rampenlicht. Graf-Protze wie der GT40 und die Daytona-Cobra glänzten um die Wette mit einem extrem seltenen Cheetah, der eins gebaut wurde, um den Cobras und den Corvettes das Fürchten zu lehren.